Musik Stellt sie bitte so, was sie an den Weg macht. Was sie an den Weg macht. Musik 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 So, Startnummer 17 bitte zum Start. 16 anscheinend hier am Kommandee. Das ist ja startgereicht. Leider vor dem Kommandee es geht. Zieleinfahrt, Kühlberg, Red Bull. Sie sind am Gelände der 13. Gitterhalle. Komm direkt, wollen wir da noch mal gefohlt sein. Es geht schon. Einmalst du dich auf? Der Lea Siebarmuster, Bernd Leider, Jules. Der Lea Siebarmuster. Sie sind am Gelände 26. Der vorliegster, neuer Berichter in Deutsch. Ein Siebenmaler Sieb, Bernd 1. Zwarer Siebarmuster. Der Fahrer Siebarmuster. Der Fahrer Siebarmuster. Der Fahrer Siebarm抓ten Richtung Jugendbauern. Und wenn wir schon beim Travant sind, Noma 28, ebenfalls einer mit Andreas Zurthau, der Manfred Puchs im Travant B106K, 86er Baujahr aus Tresden. Die Kaminse-Karrense-Karrense, alles Gute noch! Echt! Die Kaminse-Karrense, das hat den Kaminse-Karrense, die Saarweite-Kurieger, eine Kaminse-Karrense. Alles Gute noch! Chance gut raus! Die Kaminse-Karrense! So, mit der 7. Reihe sind wir beim Krieg und mit der 38 haben wir dann den René Gäger und den Walter Dietzhardt. Wie viel steckt unter der Haube? 245 PS. Das ist genau richtig für die Mutterklasse. Samstag Nachmittag wird durch die Lande fahren, oder? Ja. Wo ist die Gartin? Da hat die 30 Kilometer. Ja, ich bin da, aber ich bin da. Ich weiß nicht, ob ich so sein. Hoffentlich ist es dort und sind Brenn gegangen bei den anderen Autos. Wie bleibt es denn in Sanderberg? Ja, es braucht so ein paar Zeichnen auf 100 Kilometer an Sprit. Es wird 30 Liter. 30 Liter, okay. Das nehmen wir so nicht. Bei den heutigen Spritpreisen ist es kein Problem, oder? Nein. Da geht sich das Robben für die Mutterklasse aus, oder? Also, Feuerrot. Wir brauchen nochmal für die Gefühle. Ich danke Ihnen jetzt nachher. 90 Meter. Das kann ich mir wussten. Wir brauchen nochmal für Basel. Boah, aber das ist offenlich nicht so teuer wie der Sprit. Nein. Hier ist jetzt relativ Spaß auf der Fabrik. So, wird leider in der Rockenroll-Ära aufgewachsen? Ja. Was? At war. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, über 20 Kilometer. Aber jetzt hat die zwei Dinger auch in allen drinnen. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Das war's für heute. Kurschen, Kurschen! Ich muss wieder raus, wenn du mal rein siehst. Man muss. Man muss. Ich bin kaum ein Stück Sülbe, man muss sich da so raus einfallen. Wenn einsteigen, hilft mir schuldig halt. Oder wenn einsteigen. Nein, nein, nein. Ich weiß auch nicht. Wie viele Bands sind denn runter? 840. 840 Bands. Galon, du super. Sellen. All gratulierter Spider 1959.